Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Änderung zu einem neuen Part Minecraft. Hallo mit dem Zwergenfürst. Ja, ich habe hier offscreen schon ein bisschen nicht weitergebaut, aber ein bisschen was anderes gemacht. Ich habe hier ein bisschen Bäume gepflanzt, um ein bisschen Holz zu bekommen. Ja, ihr seht, die Landschaft ist ja ein bisschen grüner geworden, da vor der Kirche Richtung Turm. Ein paar grüne Bäume, hier habe ich auch ein paar gepflanzt und abbauen müssen, weil sie im Weg standen. Hier habe ich ein bisschen Holz, ihr seht, 40 Eichenholz, 6 Fichtenholz. Ja, Steine habe ich auch ein bisschen mit dabei. Ja, hier überall ein bisschen mehr Holz, ein bisschen mehr Wald, schadet nicht. Ja, hier habe ich vor allem gepflanzt. Ja, aber in Zukunft mal ein bisschen mehr Holzressourcen. Schadet nicht und ja, kann man die Eichensitzlinge, die wir haben, hier haben wir immer noch mit dabei, 21 Eichensitzlinge. Ja, die haben wir lange Zeit lang nicht angepflanzt. Och Mann, ich backe hier immer auf dieser Leiter fest. Na komm. Die Treppe finde ich wirklich hübsch. Ja, heute bauen wir mal hier auf dieser Etage weiter in den Wolken. Ich habe es über Nacht mal ein bisschen geschneit. Ja, ich habe hier schon die Ansätze angefangen, damit man sieht, wie ich es weitermachen will, damit ich einen Hinweis darauf habe, wie ich es weitermachen will. Ich mache ja auch das Muster ein bisschen weiter. Ich werde es jetzt einfach quadratisch weitermachen, äh, nicht quadratisch, rechteckig. Da habe ich mich entschlossen. Haben wir das, haben wir die zweite Etage, halt ein bisschen, ein bisschen außer der Reihe und dann die vierte Etage wieder quadratisch. Das soll jetzt nicht das Dach sein, deshalb können wir den Schnee da mal wegräumen. Vielleicht schmilzt du auch von selbst irgendwann. Na ja, mal schauen. So, die Frage ist, machen wir hier oben noch was drauf. Es muss bloß nicht da runterfallen. Ähm, ja, hier zumindest noch eine Spitze drauf. Wäre nicht schlecht. Ja, heute die vierte Etage oben auf dem Turm drauf. Ich würde sogar mal sagen, machen wir fünf Etagen draus, also die fünfte Etage dann als Abschluss der ganzen Geschichte. Denke ich. Fünfte Etage dann als Ausblicks-Plattform, das Ausguck-Plattform meine ich. Sodass das jetzt hier die letzte Etage ist, weil hier wird es schon wirklich ziemlich hoch. Wir können hier wirklich schon über die Landschaften gucken. Reicht dann auch mal. Wir müssen dann mal gucken, wie wir die Innenausstattung machen. Lieber hier mal Fenster rein kriegen und was wir mit den Etagen überhaupt machen. Wir können hier gerne 10, 20 Etagen bauen. Aber ob die dann noch einen Zweck haben, ist dann die andere Frage. Deshalb, ja, limitiere ich das jetzt mal auf fünf Etagen, beziehungsweise vier plus eine Dach-Plattform, dann ist das alles einigermaßen in Ordnung. So interessant wird jetzt, wie hoch das ist. Weil das müssten wir wissen. Ich habe Kies mit dabei. Das ist immer das Beste zum Hochbauen. Das geht dann am leichtesten abzutragen. Zwei, drei, vier. Das wird jetzt die vierte. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Oha, fast runtergefallen hier. Vorsichtig, wir müssen hier beim eigentlichen Geländer anbauen. So, Ebene vier. Machen wir da zehn hoch. Also neun hoch und dann sind jetzt hier die abschließende. Nummer vier. Jau. Da kommt Nummer fünf. Jau. Und dann mache ich mal hier vor mich hin. Hier wird jetzt ein bisschen trister. Hier können wir noch ein bisschen hochziehen. Das Muster. Jau. Da können wir mal wieder über was reden. Dann haben wir was zum reden. Solche Bauparts, solche Tristen Bauparts, wo es immer nur einfach in Droh rum geht. Und wo einfach nur so im Eck gebaut wird. Wo nichts besonders passiert. Bieten sich mal sehr gut zum Nabern an. Ja, was sieht denn an. Worüber kann man reden. Ebene sechs, wenn ich richtig lege. Hm. Hm. Ja, was. Mir fehlt gerade nichts ein. Ja. Fällt euch was ein. Könnt ihr mir leider jetzt nicht sagen. Könntet ihr mir in den Chat schreiben. Also nein, nicht in den Chat. Ich spreche jetzt hier schon so, als wäre das Livestream. Sieben und acht. Okay. Hm. Hm. Die Kommentare könnt ihr mir jetzt schreiben. Aber ja. Oh, okay. Stein zu Ende. Tja. Hol ich mal das Stein. Finde die Themen in einem Allergen. Ich könnte nur noch sagen, was ich vielleicht hier danach vorhabe. Jetzt werde ich dann hier vielleicht den Boden erstmal fertig machen. Den auch noch aus Stein machen. Dann die Fenster rein kriegen. Innenausstattung müssen wir uns dann noch später einfallen lassen. Irgendwann muss dann hier auch noch eine Mauer. Ja, das leid es mir tut, Mauern bauen zu müssen. Dann muss dann hier noch eine Stadtmauer drumherum. Zumindest in die Richtung. Da wo der Tunnel ist. Auf den Orguianern. Da müssen wir noch eine Stadtmauer. Zumindest niedrige. Fastbild schon wieder. Niedrige. Niedrige. Boah. Dann lässt sich auch schwer aussprechen. Vor allem ich, der sich immer fastbild. Mit meinen Sprachproblemen. Yo. Ähm. 64 Stück. Reicht, um ein bisschen weiterzubauen. Ja. Dann bauen wir hier zumindest eine kleine... Oh, das sei jetzt so ein bisschen angeschrägt aus. Durch die Wolke. Ich auch. Wir sind schon über den Wolken. Alles klar. Sieht fast wie so ein kleines Alien-Sintensymbol aus. Boah. Ja, nicht schlecht. So ein Reisapfel fast so ein bisschen. Dann die Apfel und dann das Kreuz oben drauf. Ja. Sieht auf jeden Fall nicht übel aus. Und das... Das buchartige, so ein bisschen... Naja, ist nicht buchartig, aber das... Einseitige. Brau ist nicht mein schlechtestes Bauwerk. Hat schon mehr als so ein eckiger Kasten. Lama im Turm. Ja. So eine Art Tür müssen wir da auch noch einbauen. Warum sind denn auf einmal so viele Lamas hier? Hm. Tja. Eine Lama-Wanderung. Ja. Auf jeden Fall müssen hier Fenster rein. Das ist die erste Maßnahme, die wir dann machen, wenn wir es fertig gebaut haben. Das Grundgerüst. Weil es doch ein bisschen düster hier drin ist. Haben wir zwar Fackeln hier, aber... Sieht doch sehr unter Tage aus. Pfff. Jetzt wird es schon Nacht hier. Wir müssen jetzt mal ein Bit mitnehmen. Es dauert ja eine Weile, bis wir hier oben sind. 7 und 8 war das. Na komm, brauchen wir jetzt hier noch ein bisschen weiter. Ja, die Angst von der Nacht überwältigen. Müssen wir jetzt hier mal ein bisschen weiter bauen. Müssen wir zurecht kommen. So oben kann uns eh keine Spinne erreichen. So hoch kann keine Klettern. Wow. Wer hier runterfällt, ist tot. Definitiv. Von dieser Höhe. Da muss uns nie jemand schützen. Deshalb müssen wir wahrscheinlich bei der obersten Etage bei der Ausgurungsplattform ein ordentliches Geländer bauen. Dass da keiner runter springen kann. Suizid ist keine Lösung. Auch in Minecraft nicht. Pfff. Ich habe hier Angst beim Bauen. Ich bin ziemlich lebensmüde, dass ich so einen hohen Turm baue. Pfff. Nur nicht nach unten gucken. Die Sonne ist noch da. Gerade so noch. Wir sind schon weit über den Kirchturm. 9, 10. 9, 10. Oh. Ja. Steinaller. Auch gut. Sacht um die Ecke. Sacht um die Ecke. Sacht um die Ecke. Ich schleiche um die Ecke. Ja. Unser Lego Movie. Insider. 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 Filmzitat. Fast. Wenn ich noch fast. Ich muss mir mal in ein Bett craften. Ich muss mir mal in ein Bett craften. Bis wir hier durch den Turm durch sind. Durch alle Etagen. Tja. Es ist der halbe Tag auch schon vorbei. Ich wollte gerade vorschlagen, dass wir im Gasthaus übernachten. Joa. Ok. Ein Loch im Boden. Wo kein Hobbit drin lebt. Ähm. Ja. Es ist keine Option. Wir brauchen einen Steiger. Nachthaus. Im Gasthaus zu schlafen. Ist jetzt nicht die Option. So. Holen wir uns ein bisschen Stein. Wird nicht viel sein. Aber. Ein wenig. Ja. 29. Geht. 30. Gleich mal wieder nachlegen. Bruchstein. Zack. Kohle muss reichen. Ja. Und dann. Was ich noch zur Planung sagen wollte. Ja. Heute ist ein bisschen Planung angesagt. Autsch. Apfel. Da habe ich mir zwei geholt von den Bäumen. Und wechseln sie. Ein bisschen Heilung. Äpfel für die Heilung. Oh. Das war ein Skelett verrückt. Ja. Die Planung die ich noch sagen wollte. Wir werden dann wahrscheinlich nicht nur Mauern bauen. Sondern auch Brücken bauen. Man muss auch Brücken bauen. Statt Mauern. Nicht Mauern errichten. Sondern Brücken bauen. Dann habe ich vor. Zumindest mal. Aus diesem Kaffee raus zu kommen. Da habe ich schon lange Sehnsucht nach. Das ist schon lange meine. Mein Anliegen. Jemand in diesem Projekt. Mal aus diesem. Dorf am Arsch der Welt. Mal raus zu kommen. Wolke. Im Turm. Ja. Und da mal irgendwie. Ja. Vielleicht mit einer Brücke. Hier in diese Richtung. Wollen wir eine Brücke machen. Hier einfach mal eine Brücke. Über die. Gebirge ziehen. Das soll mal Richtung Portal. Was dort drüben ist. Dort drüben zur Basis. Da hatten wir doch mal eine Basis errichtet. Da will ich mal hin. Und da mal. Ein netter Ausflug machen. Müssen wir uns. Zeug mitnehmen. Über die Brücke. Geht das ja. Wenn wir da eine Brücke gebaut haben. Machen wir uns dann mit. Zeug. Auf den Weg. Über den höchsten Wolken. Über Wolke 7. Ich schwebe auf Wolke 7. Ja. Und das mal so meine Pläne. Ich würde hier unbedingt mal gerne raus aus diesem Dorf. Nicht immer in demselben Scheiß arbeiten. Also ist kein Scheiß. Nein. Versteht mich nicht falsch. Mach das gerne hier. Hab auch Spaß an so einem Turm bauen. Aber nach wie vielen Parts. Wie viele Parts arbeiten wir jetzt hier schon an diesem Turm. Vier oder fünf schon. Oh nein. Jetzt habe ich doch Bruchstein genommen. Statt Käse. Das dauert jetzt eine Ewigkeit. Ohne Spitzhack. Bis wir unten sind. Tja. Na dann. Einfach mal den Controller gedrückt halten. Bis wir unten sind. Ja. Na dann woher denn jetzt dort. Nach sich auf den Platz. Drunkerrug. Na dann umgerissen. Neu. Die Altkwung. Das tut. Dann. In der Buttigieg. Das tut mir gar nicht. Drsundem. Drsundem. Die . Und wir da noch nicht. Das tut mir ganz. Und dann umgerissen. dass das Ziel. Die Verständnis zu arbeiten. Und was ist jetzt. Und das ist jetzt aber eigentlich. Ich hab ne Prozent. am Ende vielleicht mehrere kleine Dörfer hat und als schon das Dorf am Arsch der Welt, wo wir die ganze Zeit gearbeitet haben, da können wir auch noch weiter arbeiten. Also wir werden jetzt dieses Dorf nicht für immer verlassen, aber ja, dass man sich vielleicht woanders auch eine Basis aufbaut, die vielleicht ein bisschen schöner ist als ein bisschen im Meer ist als ein Nennerportal und ein kleines Hütchen, ein kleines zerbombtes Hütchen, weil hier damals ein Creeper in die Luft gerissen und das haben wir nie zugebaut, weil wir die Materialien nicht mit hatten. Dass man da halt auch irgendwie was interessantes macht und im Endeffekt dann vielleicht sogar einen kleinen Palast in den Bergen baut, dass man halt irgendwie, ja, überall, also grundsätzlich, also am Anfang die Grundidee, bevor das Projekt begann, war ja eigentlich ein Dorf am Fuße des Berges zu machen. Das geht jetzt irgendwie nicht mehr, weil wir irgendwie das Dorf ziemlich ziemlich hoch gebaut haben, auf der Spitze der Berge und dann wollte ich ja eigentlich das Dorf am Fuß des Berges und den Palast halt in die Berge reinhauen, halt so einen typischen Erebor, so einen Bergspalast bauen. Kriegen wir vielleicht noch hin, vielleicht machen wir das halt hier als Gebirgspalast, also als Gebirgsdorf. Und dann bauen wir vielleicht den Palast woanders, ja. Da können wir ja erstmal rüber zur Basis gehen, vielleicht machen wir da noch am Fuße des Berges ein Ländesdürfchen. Ist viel möglich hier in Minecraft. Achso, da ist ja die Spitze, da haben wir schon was zugebaut. Und da wär mir ja auch, ups, ähm ja, hätte ich auch mal Bock, da wär mir auch mal nach was Neuem. Da ist man halt irgendwie, ja, vielleicht ein kleines Dürfchen am anderen Ende. Also zum Beispiel unten im Wald oder so weiter, in einem anderen Biom. Vielleicht machen wir irgendwann mal ein Wüstendorf oder so weiter. Keine Ahnung, irgendwas mal, irgendwas was kein Dorf über den Wolken ist. Oder fast über den Wolken. Versteht ihr was ich meine? Mal so ein bisschen Abwechslung ins Projekt bringen. Da mal ein bisschen, ja. Alles Neue. Ja. Ich verbrenne mein Studio, schnupfen die Asche wie Koks. Ich schlag mein Gottfischhahnkrabinen im Hof. Jag meine Bude hoch. Alles was ich hab, lass dich los. Mein altes Leben schweigt wie ein labriggedorst. Ja, ähm, muss jetzt nicht die Lyriks von... Alles Neue zitieren. Hab ich gerade, aber ja. Schönes Lied. Passt hier zu meinem Plan gerade sehr gut. Kann ich leider nicht wirklich abspielen. Kann ich leider nicht wirklich einblenden. Ich glaub das klappt nicht wirklich. Vielleicht nur teilweise. Vielleicht habe ich es gerade gemacht. So. Fünf bis zehn Sekündchen. Ansonsten beschränkt mich das Urheberrecht. Ja. Man will es ja dann auch nicht klauen. Ja. Haben wir jetzt über ziemlich viel geredet. Ja. So kriegen wir jetzt hier noch die vierte Etage zu. Ja. Ist auch gut, dass ich das dort gerne beendet habe. Das Logo. Nicht das Logo, sondern das Symbol. Eigentlich in die falsche Richtung gebaut. Oder? Eigentlich in die falsche Richtung. Eigentlich hätte das nach draußen sein sollen. Das Symbol. Nach innen. Ja gut. Eigentlich falsch herum gebaut. Na dann heben wir es an uns drehen es um. Einfach den Turm anheben. So macht man es. Und nicht anders. Oh. Ein paar neue EP. Kohle geht auch langsam zur Neige. Wir müssen irgendwie auch mal wieder ein Part unter der Erde machen. Ja. Schon wieder Nacht hier. Die Nächte werden irgendwie länger habe ich das Gefühl. Also am Anfang haben wir ja darüber geklagt, wie schnell die Tage hier vorbei gehen. Das war ja wirklich drastisch. Du kannst nur nachts schlafen. Ja komm. Da ist die Sonne. Sie geht langsam unter. Lass mich schlafen. Auch eine Logik in Minecraft. Nur nachts schlafen zu können. Ja ich meine ich kann nur nachts schlafen. Das ist mein Problem. Das habe ich. Das ist eine Sache von mir. Das ist mein kleines Problemchen. Aber ich glaube nicht, dass Steve das nicht kann. Also ich glaube, dass Steve tagsüber schlafen kann. Das ist wirklich so. Ich erzähle keinen Scheiß. Das ist auch mal wieder eine Geschichte, die ich über mich erzählen kann. So ein bisschen. Eine private Geschichte. Soll man nicht zu viel erzählen. Aber ja, das ist ja kein Geheimnis. Das ist ja keine schlimme Sache. Es geht bestimmt einigen so, dass man am Tag einfach nicht schlafen kann. Das ist einfach. Das sagt mein Körper einfach Nö. Das ist Tag. Du kannst nicht schlafen. Das hat was mit dem Kopf zu tun. Ich weiß. Dass ich mir dann einfach sage. Ne. Das sagt mein Kopf einfach. Blockiert einfach. Und sagt. Tag ist immer nicht schlafen. Deshalb ist es durch. Und ich will welche machen. Auch eine total blöde Idee für mich. Nein. Nicht schon wieder Bruchstein. Kies. Das ist dieses Tippes Abbauen. Rechtzeitig bemerkt. Das ist das Problem. Also wenn ich dann halt irgendwie. Zum Beispiel an Silvester. Wenn ich dann durchgemacht habe. Ist nichts mit hinlegen am Tag. Und am Tag halt schlafen. Und manche würden halt sagen. Ich mache halt. Nacht durch. Und schlafe halt am Tag. Leg mich halt dann hin. Und ich hole den Schlaf halt nach. Ne. Ist nicht. Wenn mein Hirn weiß, dass es Tag ist. Und dann. Ist so beim Schlafen. Ist. Ist nicht. Aus Prinzip. Aus Prinzip. Nicht schlafen. So sieht es aus. Und dann kann ich mich noch. Noch so lange hinlegen. Und noch so lange auf den Schlaf warten. Ist einfach. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Wenn es bei euch auch so geht. Wird mich mal interessieren. Gibt es bestimmt einige. Das ist ja keine Krankheit. Das ist einfach. Das ist einfach. Das hat einfach Tag und Nacht Rhythmus. Das ist ganz natürlich eigentlich. Dass man am Tag nicht schläft. Und dann ist das halt irgendwie so. Dass man halt. Au Kacke. Au Kacke. Ähm. Da muss ich das wieder abbauen. Dann fehlen mir noch ein paar Steine. Ich hoffe der Part ist noch nicht zu lang. Ich werde jetzt hier einfach mal weiter bauen. Wenn nicht packe ich das einfach schon in den nächsten Part. Der kommt ja sehr sicher auch bald. Wenn ich mir das auf. Diese Aufnahme. Und dann. Habe ich das halt in den nächsten Part. Aber ich denke das Video wird noch nicht so lang sein. Vielleicht schaffen wir es doch in dem einen Part. Die vierte Etage zu beenden. Das Reden fällt mir auch langsam schwer. Das ist mal ein Zeichen das ich aufhören soll. Und wenn das Reden anfängt schwer zu sein. Schwer zu fallen. Ja. Meine ich ja. Ähm. Wo war ich denn stehen geblieben? Ich hatte noch irgendein anderes Thema. Da habe ich jetzt auf einmal. Dann mich abgeschwiffen. Abgeschweift. Und habe über Schlafprobleme geredet. Na ja. Und wie auch immer. Machen wir mal. Habt ihr ja schon gehört. Machen wir mal wenn der Turm. im Grundriss fertig ist. mit uns mal brückenmäßig auf den Weg. Richtung. Ja. Richtung Basis. In die Richtung. Dachte ich zumindest. Oder? In die Richtung sind wir damals gelaufen. vielleicht kriege ich da irgendwas hin. Machen wir was interessantes draus. Schauen wir mal. Wie wir da hinkommen. Wird wieder so ein gewagtes Projekt hier. Da bauen wir wieder Brücken ohne Geländer. Mutig, mutig. Minecraft Bauprojekte sind hier immer ein bisschen speziell. Ist immer. Ist man immer irgendwie außergewöhnlich mutig. Ja. Man erwähnt hier Mut dieses Thieves. Jetzt. Hier über den Wolken. Ein Palast zerbauen. Ein Palast in den Wolken. Nein ist nur ein Turm. Ja wie machen wir das jetzt. Hier machen wir die Luke rein. Wie bauen wir uns da hoch. Lassen wir es erstmal zu. Machen wir es zu. Lassen wir das eine offen. Meinte ich. Ja. Wir müssen wahrscheinlich gleich nochmal ein neues Stein holen. Neuen Stein. Jupp. Schauen wir mal. Das ist Kies-Mescher angemacht. Gibt es doch nicht. Doch gibt es. Wie man sieht. Aber ja. So schön schön. Haben wir das auch mal. Dann haben wir die nächste Etage. Beendet. Hier noch eine Leiter drin. Dann können wir hier mal. Die letzte Etage drauf machen. Hier. Hier kommt noch eine ordentliche Sicherung drauf. Machen wir hier vielleicht noch oben den Zaun drauf. Man muss noch runter blicken können. Na ja. Vielleicht machen wir da noch Fenster rein. Machen wir hier zwei hoch und. Oder machen wir eine Glaskuppel draus. Machen wir Stein weg und eine Glaskuppel oben drauf. Ja. Warum nicht. Ach. Hier sollte ein Leiter drauf. Oh. Dunkel. Wird ganz düster weil ich die Fackeln hier drin nicht habe. Muss ich wohl Fackeln haben. Ah ja. Fackeln habe ich hier. Machen wir gleich. Obwohl wir hier im Dunkeln noch verrecken. Jo. Fackeln hier hin. Zack. So. Hier noch eine. Hier noch eine. Schön ausgeleuchtet muss das sein. Dass hier keine Sachen spawnen. Nicht mit dem Fackeln geholzen. So. Alles klar. Ja. Alles klar Herr Kommissar. Dann würde ich mal sagen. Glas. Warum nicht. Ja brauchen wir eh für die Fenster hier in den Räumen. Machen wir am nächsten Mal Glasbrennen. Glasbrennerei. Können wir das Stein eigentlich schon lassen. Brauchen wir wahrscheinlich für die Stadtmauer dann wieder. Oh. Guck mal. Weg von dem Turm. Weg von dem Turm. Nur weg von dem Turm. Weg von dem Turm. du sprengst mir dein Turm in die Luft. Vergiss es. Das lässt du gut bleiben. Das lässt du mal bleiben. Mein Haus. Mein kleines Hoechstchen hier. Mit Cheeseleinchen. doppelte verkleinerung das ganze mal sprengen das ist schnell wieder aufgebaut aber den turm wo ich den turm wo ich dann tagelang wo ich habe mich gerade vor dem turm erschreckt den turm wo ich ewigkeiten dann gebaut habe lässt in ruhe so wie der tag hier mal stein ja können wir gebrauchen kann ruhig weiter brennen kommt das nächste projekt was war die stadtmauer wird wieder ewig viele steine brauchen ja bruchstein haben wir hier noch da kommt auch noch ein anderes projekt wo er bruchstein her nehmen das muss ich auch mal zeigen da müssen wir hier erstmal in die cave also in die gänge runter ja dann würde ich mal sagen ich weiß jetzt nicht ob das das ende des parts ist oder ob ich schon in der nächsten aufnahme drin bin im nächsten part ja da kommt dann oben die kuppel drauf und haben wir das zumindest vom groben umfang her erledigt ja der turm nimmt langsam sein ende seine endform an däumchen nach oben das wird euch gefallen haben lasst dann immer da wenn ihr euch mal knall seid und ja kein weiteres video mal mit dem zwang frist verpassen wollt habt noch einen angenehmen fürstlichen tag mittag morgen oder abend nachmittag wie auch immer wann ihr das immer guckt haut daran man sieht sich bis dahin so Das war's wohl.